Musik So und willkommen zurück bei DeadRiser. Und wir machen weiter. Dann los. Will er mich verarschen? Nimm die Maske ab. Hm. Nick. Mann. Es sieht echt mies aus. Wir sind am Arsch. Wo ist der Rest der Einheit? Die wurden von den Zombies zerlegt. Wir waren drüben beim neuen Museum. Große Ausstellung. Die Präsidentin war da. Wir haben total versagt. Plötzlich waren überall Zombies. Ich... Ich bin... Ich bin einfach weg, Mann. Jetzt bin ich desertiert oder so. Sie lassen keinen raus. Alles unter Quarantäne. Deshalb wollte ich dich finden, Mann. Du bist gut im Reparieren. Kriegst du das Flugzeug hin? Was war das mit dem Flugzeug? Dieser Sammler hat im Museum ein Militärflugzeug gestiftet. Meine Einheit sollte es bereit machen. Ich könnte es fliegen, aber es muss repariert werden und braucht Benzin. Ich habe einen Schlüssel. Als gäbe es sonst nirgends in dieser Stadt ein Flugzeug. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, Mist. Na, verkackt. Hm. Ach, Baby. Hä, wo war der Typ eigentlich die ganze Zeit? Sofort. Oder du verwandelst dich binnen Stunden. Dein Freund und ich gehen zum Flugzeug. Mann, es ist die Lagerhalle bei den Docks. Die findest du. Ah. Zombrex, wo kriege ich das her? Wahrscheinlich in Ingleton. Dort gibt es ein Krematorium. Leichenhallen haben immer Zombrex auf Lager. Wegen der Toten sind die Tore versperrt. Nimm die Kanalisation. Ach. Finde es. Geh zum Krematorium. Komm schon. Oh, na toll. Hier schön auf mich allein gestellt. Trinkt das Zombrex. Trinkt wieder was zu essen. Okay, da ist schon mal ein Motorrad. Hm. Ja, okay. Oh, nee. Fahren mal mit dem schönen Teilchen hier. Oh. Es wird bestimmt abgehen. Okay. 750 Meter irgendwo da hinten. Oh, nee. Da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Oder? Kann mir jemand helfen? Ach komm, egal. Kann mir jemand helfen? Ach komm, egal. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Oh nein. Oh nein, jetzt ist der im Arsch. Oh, fuck. Scheißvieh. Okay. Okay, fahren wir mit dem hier weiter. Ist zwar schade, weil der mir schneller verreckt. Aber ich versuche irgendwie ordentlich zu fahren. Was in dem Spiel zwar nicht so gut geht. Aber ich versuche es einfach mal. So, toll. Hier kommen wir schon mal nicht weiter. Wer ruft denn immer an? Das nervt. Was? Nervt man nicht mit den Nebenmissionen. Ich habe ja echt schon genug zu tun. Oh. Hoho. Lambo. Nein. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Aber ich glaube jetzt nicht mehr richtig. Jetzt sind wir auf diesem Highway hier. Oh man, wer ruft denn immer an? Frito fällt irgend so eine irre Tozian Ritual ab. Scheiße. Ja, toll. Das interessiert mich aber nicht. Lasst los! Bam. Oh, ich will da drüber. Oh man. Der Kerl lebt. Ich hab was für dich. Kann grad nicht helfen. Sorry. Okay. Ob ich hätte abbiegen sollen? Nee. Hä? Wie komm ich denn da unten hin? Nein, muss ich gar nicht. Schon klar. Ich will nicht sterben. Ich glaub das wirst du aber... Oh, das Auto ist im Arsch. Aber sowas von. Wo ist die verdammte Kanalisation? Oh. Weg von meinem Wagen! Ich gucke wieder! Oh, relativ schnell carnival! Oh, gut. Oh, gut! Oh, weg hier! Weg hier! Feuerwehrmann! Wann komm ich denn da hin? Schön. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Erstmal ein Bier. Hm. Bäh. Ich hab grad echt keine Ahnung. Du heilige Scheiße. Die Typen sind übel. Hier vielleicht. Ja. Ach. Oh na toll. Kanalisation wird nicht gut sein. Alter Schwede! Oh Gott. Oh Gott. Das wird so schlimm. Das wird so schlimm. Warum muss er denn jetzt kotzen? Das wird schlimm. Das wird sehr schlimm. Komm weg mit euch. Einfach weg mit euch. Was war denn das grad? Warum kotzt denn der immer? Ich brauche neue Waffen. Ich brauche neue Waffen. Töte sie. Hamburger. So. Und jetzt weg hier. Was ist das hier? Ein Waffenbauplan. Waffenbauplan. So. Haben wir hier noch irgendwas zu essen? Jawohl. Hier. So. Und ich muss glatt auch mal was gucken. Jawohl. Denn wir haben ja auch wieder Attributspunkte. Was war denn das jetzt? Och Leute. Was ist denn das hier? So. Da werden wir uns Nahkampf nochmal schön erhöhen. Jawohl. Und dann machen wir weiter mit dem Leben. Weil das ist auch sehr hilfreich. Als wäre das nicht unheimlich genug. Hole Sombrax aus der Leichenhalle. Was ist das denn? Ich würde gar nicht wissen, was das ist. Scheiß Vieh. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Und wenn die mit ihren Franks starten, soll man hier nicht nerven. Komm. Einfach durchrennen. Fail. Na. Oh Gott. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Und weg hier, Mann. Oh Mann. Ich krieg die Tür hier auf. Oh. Zum Glück. Will ich verarschen? Tut mir leid, Mann. Ich dachte, du wärst so ein Zombie. Du schwankst so komisch bei mir. Da solltest du lieber vorsichtig sein. Brauchst du auch Sombrax? Bei mir ist's dringend. Nein, nein. Ich erledige hier einen Job. Ich bin Gary. Und wer bist du? Nick Ramos. Hey, kannst du mir weiterhelfen? Sein Name steht da. Nein, nein. So was mach ich nicht. Nein, mein Boss ist hier eine große Nummer. Er hilft Leuten, die verzweifelt sind. Also ein Gauner. Hey. Werd nicht frech. Ich sag lieber große Nummer. Hört sich edler an, finde ich. Egal. Ich muss da rein. Und für meinen Boss eine Leiche holen. Ich sag dir was. Warum? Warum kletterst du nicht einfach über das Dach hinein? Und lässt mich dann rein? Ich weiß, wo da drin das Sombrax ist. Eine Hand wäscht die andere. Sombrax. Warum kletterst du nicht hoch? Er ist zu fett. Gut. Wenn du das Sombrax nicht willst, nicht mein Problem. Vielleicht bist später kleiner. Nein, warte. Geht klar. Okay. Ich tu dir auf den Gefallen, Nick. Ich zeige dir einen Trick, der dir einmal nützlich sein könnte. Am Ende verarscht das doch eh. Gut. Achte auf die Zombies da drüben, okay? Sieh her. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Ich bin dran. Hintern hoch und lass mich rein. Das Ding geht ständig an. Immer wenn ich gerade... Ja, was? Ja. Nein, Sir. Ich klettere gerade hoch. Ich bin dran. Ich bin dabei. Ja, alles im Lot. Ja. Ich komme jetzt da hoch. Okay, weg. Ich hoffe, sie haben Sombrax. Wo ist denn mein Vorschlaghammer? Hier. Wie soll ich denn da hoch? Was ist? Sorry, aber ich habe gerade irgendwie keinen Plan, wie ich da hochkommen soll. Brich durch das Oberlicht ein. Los, nimm die Beine in die Hand. Ich glaube, ich habe da draußen einen Van gesehen. Kletter raus. Ach so. Ah, ja. Ist ja eigentlich easy. Also, halt deinen Maul. Äh, Leuchtpersonen lassen wir mal. Aber hier ein schönes Bierchen. Ja. Wo ist das immer denn so dunkel sein? Ja. Jetzt wird er wenigstens mit mir hier drin verrecken gleich. Bam. Ja, leg mich. Komm ruhig rein. Kaffee. Jetzt haben wir wenigstens wieder volles Leben. Scheiße. Naja, komm, das schaffen wir auch so, oder? Was ist das mit Gary? Macht der eigentlich auch was? Hat er mich gerade geschlagen? Böser Zombie. Geh weg, Gary. Ah, sorry. Muss ich jetzt durch jeden Gang laufen? Ach, geschafft, oder? Hinter dir. Ja. Warte mal, was ist denn das hier? Oh mein Gott. Wie geil. So, jetzt müssen wir wieder runter. So, und hier unterbrechen wir auch wieder die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Und hier unterbrechen wir auch wieder runter. Und hier unterbrechen wir auch wieder runter. Und hier unterbrechen wir auch wieder runter. Vielen Dank.